einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen video wieder von was von play vital wir haben an den weißen haben wir das ja gemacht wie ihr seht und da habe ich mir gedacht weil bei den gummi cases war ja was mit bei immer hier so und hier halt so habe ich mir gedacht an den weißen machen wir jetzt die thumbsticks ran die ich hier noch habe gucken wir uns erstmal an was das für welche sind wo die sind aber ziemlich groß und hoch wir haben einmal also so vom design unterscheiden sie sich jetzt nicht großartig wie ihr seht ja ich hoffe ihr könnt erkennen sie sind beide so geriffelt ja seht ihr das die wirken halt ein stück größer die sind und stück größer die hier aber die sind halt auch nicht so hoch ich hoffe ihr könntet erkennen die anderen beiden sind natürlich identisch da habt ihr ja dann natürlich dann machen wir das mal hier ran das könnt ihr dann hier einfach so ran klicken nicht so wie die gummi höhlen bei dem anderen was wir da hatten die werden hier einfach ganz normal sind sie dran angeklickt natürlich noch wegpacken damit wir hier nichts abhanden kommt und bei dem hohen genau das gleiche ich mache immer beide daran damit er den unterschied sieht am besten dann finde dran sind mal drehen das auch wirklich alles fest ist und dann sieht das halt so aus wir haben dann halt hier der weiß ein bisschen höher und dann halt den wenn er denn halt sieht wird schon drastisch verkürzt sind auch ganz einfach wenn sie nicht mehr wollt abzumachen ich werde jetzt am anfang erstmal die kleinen dran lassen für cod muss mich daran erst mal gewöhnen und ich glaube die großen sind eher was für rennspiele und dann werden wir mal sehen wie die sich schlagen ich bin mal sehr gespannt so passt auch vom style halt hier zu den zu den zum gummi case super in der hand ich bin mal gespannt heute abends cod abend da bin ich mal gespannt wie sie sich schlagen die wen so aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt fertig sind sehr schnell anzubauen einfach drauf finde ich besser als als diese silikon dinger und sie sitzen wirklich fest also ich kann jetzt hochziehen ohne dass er runterfällt und das alles fest so aber nichtsdestotrotz wenn er fragen habt in die kommentare wir sehen uns im nächsten video bis dahin ahoi sagt euer odin oh 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 oh